So, weiter. Ich hab nachgedacht und bin genauso weit wie vorher. Das ist großartig, ja, das seh ich auch so. Also, wir haben den hier. Da! Da, 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 da. Scheißen Dreck, ja, toll. Bling, bling und ich seh het nich. Ach, komm, hör mir auf. Jetzt brauch ich noch einen weißen. Wo ist denn der? Einer muss doch noch über sein. Ach so, ja, ist logisch, ja, ich bin blöd. Wir nehmen den hier erstmal wieder raus. Wo ist er denn? Hier. Da. Komm her. Setzen ihn in den Altar ein, schieben den Altar nach unten, dann nehmen wir den, äh, Kristall da oben raus. Bla, bla, bla. Wie kann ich denn... Was denn jetzt? Nein! Nein! Oh Mann! Leute, was ist denn jetzt los? Äh... Ja... Ach Mann, jetzt muss ich die komplette Brücke wieder zerstören, oder was? Okay, okay, okay. Also, wir müssen den Weißen da oben wieder einsetzen, damit diese scheiß Kristallblöcke da sind, damit ich den dagegen schieben kann. Weil der Tempel ist... Ich hab... Ich hab meine Meinung geändert. Er ist... Er ist nervend. Er ist echt lästig. Ha. Na komm. Ja, genau das Ding. Jetzt schieben wir ihn wieder nach unten, dann... Und so weiter. Ja. So, er nimmt mit... Oder? Nee. Nee, nee. Ja, ich schieb den erstmal sicherheitshalber. So. Supi. So, jetzt nehmen wir den wieder raus. Nehmen ihn mit nach unten. Ja, 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 ja. Erkennen wir schon. Mach weg hier. So. Ähm. Schieben den rechts rein. Genau so. Äh. Der kommt wieder hier rein. Und last but not least... Der hier... Ich weiß auch nicht, warum der blau ist. Die anderen alle weiß, aber... Gut, das ist mir jetzt auch ziemlich Jacke wie Hose hier. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Nein. Hier rein. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir oben nicht auf den beschissenen Schalter treten. Dann ist der Altar wieder unten... Äh, oben. Und ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Also ich bin jetzt hier ganz vorsichtig, weil das ist mir schon oft passiert. Das ist ziemlich asozial. So, geschafft. Das war die kritischste Stelle in dem Tempel. Okay. Hm. Please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait, wait! Disco's Sphere! We can show it to them! You mean this? Right! The Guado, take care of Guado-Affaires. Away! Run! Ja, die Guado, typisch. Asoziale Penner. Alle unter einer Decke, die Schweine. Ist unglaublich. Und der Oaka wieder mit voller an der Front, natürlich. Unser alter Freund, der verkauft uns noch, wie gesagt, an der Front. Zwischenbomben. Der verkauft uns immer noch seinen Stoff. Nein, 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 nein. Hier, so. Renn lieber weg! What? Ja, dat war aber mies. Er portete sie einfach mit nem Spheroiden weg. Dat kann die nicht. Äh, ich guck mal. Ja, genau das hab ich mir gedacht. Die Gruppe ist total für den Arsch. Schon besser. Lauf! Ja, die sind ein bisschen schneller als wir. Das macht mir aber nix. Die hauen mir trotzdem aufs Maul. Och, ja. Ja, noch was? Ne? Och, wie langweilig. Ähm. Gemach gar. Take this in your face. Chill, there's no rush. Immun. Ja, großartig. Du bist auch so ein Arschloch. Ah, wir haben hier Feuger. Verdammt. Ja, die O. Egal. Ist eh tot. In dem Fall. Scheiß drauf. Wow. Ja, wird er auch immun gegen sein. Auto-Potion. Weißt du? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Willst du, sag mal. Jetzt hab ich die Schnauze voll hier. Ich glaub, du hast dich kifft. Riku. Du regelst dat. Wir klauen ihn einfach die Beschiss. Ich glaub, es geht los, ey. Auto-Potion, Auto-Potion. Hier hast du eine Auto-Potion in die Fresse, oder? Und nochmal. Nein, verdammt. Naja, Riku regelt auch. No, geben immerhin Net-AP. So. Äh, Ability, Yuna, heilen. Ja, so. No, da kommt schon der Nächste, oder was? Naja, wir sind ja gleich da. Wow. Na komm, hau doch mal ein bisschen Tempo rein hier. Ich hab keine Zeit, ich bin grad am flüchten. Könntest du dich beeilen? Danke, das wär echt sympathisch. Und. Diesmal direkt. Ich hab keine... Das ist so nervend, die Typen hier. So. Äh, ja. Mach mal. Ich will mal Folger nutzen. Mal sehen, wie viel Damage das raushaut. Oh, schön. Oh, wunderbar. Ha. Ha. Das, ja. Oh, da krieg ich direkt. Also, da geht mir einer ab. Ha. Ha. 2.100 schon. Das ist schön, das. Finde ich sehr genial. Ja, immer noch auf der Flucht, oder wie? Leckt mich da am Schuh. Ah, ne. Okay, jetzt kommen einfach Random-Kämpfe. Okay, das finde ich schon besser. Ja, die sind ja Pille-Palle-Schnick-Schnack hier. Das ist ja... Aufs Maul. Walker. Uh. 1000 Novat. Der haut auch schon rein. Das ist natürlich sehr genial. Wusste ich gar nicht, dass Walker schon so... Ja gut, ich bin mit dem auf denselben Weg wie Auron gegangen. Das erklärt zumindest, dass er so viel Damage raushaut. Das ist natürlich ziemlich genial. Ja, gefällt mich. Ein Hinterhalt. Ja, ja, ja. Noob. Ja, jetzt ist aus. Ich drücke immer die falsche Taste. Irgendwann bringe ich nochmal meine Team-Kameraden um. Und dafür ist Auron besser geeignet. Und... Äh, ich will... Das ist wichtig, mit Yuna... Irgendeine Bestia muss die Ekstase voll haben. Hier, mach mal X-Zion, bitte. Das ist für den nächsten Bosskampf extremst... Äh... Ja, gut. Sag ich mal. Ja, das... Komm, hau mal rein. Mach dir mal die Ekstase voll. Danke. Das geht auch schneller. Ähm... Harte Tour. Also... Na komm. Äh, nein. Wir heilen uns eben mal hoch. Glitz. Ich will nur gerade die Ekstase von dem Vieh voll kriegen. Weil das ist halt schon... Also... Wichtig für den nächsten Kampf, sag ich mal. Ihr werdet schon sehen, warum. Ich will jetzt nicht spoilern. Kommt ja gleich. So, jetzt machen wir ihn mal kurz tot. Win. Win. Titus on Yuna. Nein. Lulu. So. Bitte Dankeschön. Und weiter. Na, Kiste. Kiste. Äh... Hätte ich fast vergessen, aber... Ich hab's ge... Oh, toll. Level 1 wäre, Rupass, ja. Ja. Aber... Großartig. Hab ich ja nur 50.000 von... Egal. Egal. Ich will mich nicht beklagen. Hau weg, die Scheiße. Äh, Feuer. Nein, nicht Eis. Feuer. So, und... Wir speichern hier und ich mach hier kurz einen Cut.